So, ich frage mich bis jetzt noch, was ich mit der Foto machen soll. Das machen wir mit der Zwetschel. Ein bisschen lang vom Anrichten her, also uuuuut. Hallo Markus, danke, dass Sie hier sein dürfen. Ja, freut mich. Danke, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Was machen wir heute? Wir haben einmal unseren selbst rausgeräucherten Aal. Dann haben wir hier eine Zwetschgensphäre. Wir haben hier Mini-Blutampfen. Wir haben hier einmal Schweineschwarte als Popcorn. Hier einmal die Schweineschwarte im Ganzen gepupfen. Wir haben hier eine schöne Bodenseezwetschgen. Hier haben wir ein Zwetschgen-Gel, Zwetschgen-C puree. Hier haben wir eine Sauerampfencreme. Hier haben wir Butter, Zucker und hier haben wir Cartes Pieces in einer schönen Gewürzmischung. Und das Arbeitswerkzeug, Soße und zu guter Letzt unser Spanfergel natürlich. Sehr gut. Na dann, lege ich mal los. Natürlich immer auch eine Geschmacksruhe vorher. Die Butter schäuft. Jetzt geben wir da ein kleines bisschen Zucker rein. Siehst du? Ja. Jetzt haben wir hier die Zwetschgen-Ecke vorgeschnitten. Die geben wir gleich dazu. Jetzt geben wir aber erst ein bisschen was von dem Zwetschgenpüree dazu. Wenn ich jetzt löste, wofür ich ein bisschen Zucker her habe, dann würde ich den auch verwenden. Machst du den Cross-Crossover, oder? Ich mache quasi Zwischengang vor dem Dessert. Ja, wollen wir kurz sagen, wir machen Dessert auch mit Fleisch. Ja, Dessert machen wir auch. Wirklich, bei Temperatur ist es A und O in der Küche. Ich sag mal jetzt bei dem Teller, das ist ein Zwischengang. Wichtig ist, dass Komponente Fleisch und Soße schön heiß sind. So, ich frage uns ja bis jetzt noch, was ich mit der Foto machen soll, aber ich bin fertig. Du bist fertig? Ich bin fertig, ja. Wunderbar. A, 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 A! A, 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 A A, 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 A A, A, A A, 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 A Also, erstmal zu deinem Teller selbst. Ich finde, dass du den vor einem Laien sehr schön angerichtet hast. Man sieht, dass du schon eine gewisse Erfahrung hast mit Tellern, anrichten, anschauen, essen gehen. Ich hätte es mir weitaus schlimmer vorgestellt. Die Proportionierungen sind vielleicht ein bisschen schwierig beim Zwischengang. Aber, wie gesagt, Chapeau, ist ein schöner Teller soweit. Das ist dann jetzt unsere Variante. So eben zum Gast ausgerichteter Teller. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Immerfalls. Gezuckerte Zwetschge für dich. Als kleines Vordesser beim Zwischengang. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.